Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Ich zeige euch heute, wo ihr die Werkbank finden könnt, wo ihr unter anderem die Edelsteine oder auch Schmuck herstellen könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. Wenn ihr euch im Baumenü befindet, gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bleibt direkt hier in diesem Menü. Wenn hier das Zimmerfenster nicht offen ist, klickt ihr dann einmal hier auf die gestalteten Zimmer drauf. Geht dann jetzt hier einmal auf Objekte filtern. Scrollt dann hier so weit runter, bis ihr die Accessoirepacks habt und wählt dann jetzt hier Kristallkreationen aus. Jetzt klickt ihr hier auf dieses Zimmer drauf und wählt dann jetzt hier diesen Schreibtisch aus. Die andere Version ist, indem ihr hier unten links in das Menü geht. Und zwar geht ihr dort auf den Querschnitt von dem Zimmer mit dem Stuhl drin. Geht dann jetzt hier oben in diesem Menü hinten auf das Regal drauf und wählt dann jetzt hier die Staffelei aus. Auch hier gehen wir dann auf Objekte filtern. Scrollen dann auch hier so weit runter, bis wir Kristallkreationen haben. Und hier haben wir dann schon den Edelsteintisch. Hier können wir dann noch die Farbe auswählen, klicken dann das Objekt an und stellen es dann auf unserem Grundstück. Und schon kann euer Sim dann dort Edelsteine schleifen oder Schmuck herstellen. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!